Jemand sollte wissen, wo Silo zu finden ist. Ja, aber hier ist niemand. Wo sind die alle? Halt! Kann ich nicht lesen. Warum nicht? Kann es sein, dass es hier Buggy ist? Hier ist ja niemand. Ich glaube nicht, dass das hier so stimmt. Warte mal kurz, ich werde mal kurz Spielladen. 20.39 Uhr, das ist das hier automatisch. Lade mal nochmal, mal gucken. Bin der Meinung, dass das hier... Hoffentlich ist diese Mechanikerin hier irgendwo... Oh, Windfischen. Das muss Kadua sein. Ja, aber ich kann hier nichts machen. Warte mal. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht hier wieder woanders... Oh, ernsthaft? Ach, leck mich doch. Ah, fuck you. Alles klar, ihr seid so richtig sauer. Oh, Mann-O-Meter-Junge, ist das jetzt verbuggt gewesen, dass es in diesem scheiß Nest-Kena ist? Mann-O-Meter, warum wird nie irgendwie nach solchen Gefestfechten abgespeichert? Was ist denn mit dieser Speicherscheiße los? Dafür kriege ich nicht genug Geld. Oh, Mann, ihr lasst mich kennen. Jawohl. Okay. Nix, es ist Showtime. Werdet das Tier los. Lass mal in der Kopf bereithalten. Was würde ich nur ohne dich tun, Kleiner? Spitzen wir mal die Lausche. Abgeklappt. So, zum Beispiel jetzt hier. Warum wird jetzt hier nach nicht gespeichert? Ich verstehe es einfach nicht, weil es mir zu hoch ist. Oder? Ist alles voll. So, jetzt könnte doch hier gespeichert werden. Warum wird hier nicht gespeichert? Hier kann ich nicht speichern. Wo kann ich jetzt hier speichern? Hier kann ich speichern. So. Jetzt speichere ich. Ja, überschreibt mir das. Alles klar. Gut festhalten. Hm, hoffentlich ist diese Mechanikerin hier irgendwo. Ja. Ah, Windfischen. Das muss Kadur sein. Ja, hier ist niemand. Oder ist das doch ein Bug? Guck mal, wenn ich das jetzt hier nehmen will, kann ich das ja auch nicht lesen. Weil sie diesen scheiß Datenblock nie aufnimmt. Hier ist niemand und hier kann ich auch nicht suchen. Also, was ist jetzt das Problem hier an der ganzen Sache hier? Jemand in Windfischersiedlung Kadur sollte wissen, wo Silo zu finden ist. Warte mal, ich gucke mal kurz. Ist das ein Bug? Ist das ein fucking Bug und ich komme hier jetzt nicht weiter oder was? oder was? Nicht werden? Ist ja. Okay. Ich gucke mal kurz. Okay. Ich gucke mal kurz. Sehr. ... 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 Feuern wir mal hier lang, hier, wa? Denn feuern wir mal hier lang, hier. Sei keine Gnade! Wer war sie denn? Und was hat sie denn jetzt hier gemacht? Jesus Maria. Das könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Das ist da hinten irgendwo. Okay. Da kommt schon die Fähre. Ist das hier der Piratenlager? Nee. Aber das sind die Piratenlager. Ist hier unten irgendwo. Ach, da unten. Ach du Scheiße. Komm, deine kleinen Füße machen jetzt mal Pause. Der macht so eine Aune, ja? Piraten, Imps. Piraten, Imps. Feuer! Nichts Verdächtiges. Hier kommt keiner davon. Dann zeigen wir mal, wie leise wir sein können. Ja, die Kranate. Haltet die Position. Das ist die Gnade! Kreischt hervorrund! Ja, leise die Position! Da. Feuer! Haltet sie auf! Hey! Macht sie fertig! Puh, was war's? Sehr gut. Das brauche ich. Imperiales Blaster, ja. Geil. 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 Feldwebel-Anstrich. 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 Ungibli sind da nur welche, aber... Ich habe um einen Hahn einen Blasterschuss in den Bauch gekriegt. Jawohl. Ich werde Ihre Befehle nie wieder in Zweifel ziehen. Na, ich sehe nur Schnee. Da sieht man ja nichts. Okay. Bist du bereit? Oh, ja. Da ist das... Diese Dinge hier ja. Oh, die Moli hat das. Ich will ja ein schlechter... Da kriege ich ja eine Kotze. So, sind wir hier richtig? Da sind auf jeden Fall ein Haufen Gleiter. Ah, da ist er ja. Bist du Selow? Mein Gleiter braucht ein bisschen mehr Schubkraft. Ich arbeite nicht mehr mit Außenweltlern. Aber du scheinst keine Wahl zu haben. Wie heißt du? Tut mir leid. Kay. Kay Vess. Ich kann dir helfen, aber für den richtigen Cake brauche ich ein spezielles Bauteil. Einen atmosphärischen Beschleuniger. Die Imperialen haben einen in ihrem Windfänger. Tja, also ich könnte ihn für dich stehlen. Ach ja? Dann nimm die. Die schalten die Turbine aus, so kommst du rein. Schön. Klingt gut. Ich kümmere mich drum und komm dann wieder her. Ich schicke dir die Koordinaten. Aber wie kommt er denn darauf, dass wir jetzt keine andere Wahl haben? Wo ist er jetzt hier? Hier? Da hinten irgendwo, okay. Warte mal, wie kommen wir da am besten jetzt hin? Den Berg wieder runter oder was? Wir könnten... hier rüberfahren. Wenn ich mich hier so hinstelle, wo komme ich denn da hin? Da ist genau das Ding. Fallenstellerinne. Das ist eine Fallenstellerin, erinnert. Steigen mal. Wo soll der Zeilen unter dem Ding oder was? Da war ich doch gerade die Wesen, oder? Wo die Imperialen da kamen. Kann das sein, dass hier drunter noch irgendwie was war? Ein Schatz, den wir jetzt übersehen haben? Wahrscheinlich. So, nix. Es geht los. Hier, guck mal doch mal runter. Ich guck mal doch mal runter. Ja. Du findest das Wetter hier schlecht? Dann arbeite mal auf einer dieser Eiskugeln im Outer Rim. Hm. Keine Vorkommnisse. Ich melde mich. Sind wir am richtigen Ort? Ja, wir sind am richtigen Ort. Okay, da muss hier irgendwo noch eine Kiste sein. Aber hier waren wir doch schon drinnen, ja. Gleich hier, oh Gott, übersehen. Gibt's doch hier das Ding hier mitgenommen? Oder ist das schon fertig? Warte mal. Weil der auch so ausgegraut ist. Hier steht auch nochmal Schatz dran. Da steht Schatz dran. Wo ist denn hier was, was ich schon abgeschlossen habe? Wo ich weiß, dass ich es abgeschlossen habe? Kann es sein, dass ich, äh... Guck mal hier. Das ist zum Beispiel weiß. Aber die Sachen sind grau. Wurde ja bedeuten, dass hier kein Dings mehr ist. Das wird einfach bloß so eine Vortäuschung falscher Tatsachen ist. Was soll denn hier sein, wisst ihr? Was soll denn hier sein? Da ist doch nix. Ich hab ständig Angst, dass ich von einer Klippe geweht werde. Mhm. So, wir müssen aber jetzt hier auf dem Ding hierauf. Fahren wir. Weltbester Fahrer. Ich suche hier noch eine Straße. Ich bin noch nicht so weit, dass ich sagen kann, da wo ich hinfahre... Boah, der hat mich auf den Bauch gepackt. Festhalten. Siehst du, wenn wir den Teil haben, dann brauchen wir die Erweiterung nicht mehr. Weil wir tot sind. Oder der Ding im Arsch ist... Warte mal, welche... Welche Straße muss ich denn nehmen? Da lang. Also die hier. Sind hier besondere Sachen drinne? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wir müssen durch Punkte gehen. Okay, die sehen nicht so aus, als wenn sie... Nee, die sind hier keine Bösen. Warte mal, was sind denn das hier von Richard Crimson? Maes ist ein gutes Kind. Wir können sie nicht mit denen abhauen lassen. Warum nicht? Die Pikes beherrschen jetzt ihr das Tal. Unser Kind ist nicht kriminell. Aber auch nicht dumm. Die zahlen besser, als es unser Fang je konnte. Wir können nicht erwarten, dass sie ewig auf besseren Wind wartet. Ich will nicht mehr darüber reden. Ich habe die Tür nicht hingekriegt. Sie ist noch immer mit dem Stromkondensator verbunden. Aber ich konnte ihn nicht aufladen. Es gab nirgends Schiffsdiebe. Also sollten wir uns das holen können, was im Inneren ist. Wo ist dieses abgestützte Schiff überhaupt hergekommen? Ich habe nicht gesehen, dass etwas vom Himmel gefallen ist. Hier sind die Koordinaten, falls du helfen willst. Okay. Okay. Hier ist nicht viel los. Was? Handle ein bisschen? Wo? Mit wem? Mit dem hier? Ist das ein Händler? Ähm, verkaufen wir erstmal alle Wertsachen. Verkaufen. Information. Ja. Dankeschön. Wasser, Wasser, Butter. Wasser, Butter. Wasser, Wasser. Sollen wir echt hier bei der Imperialen jetzt einbrechen? Das ist das, was wir machen sollen? Das ist der Wahnsinn. Ich könnte, wenn wir extra gut machen. Oh Gott, da wir Starten. Oh, Gott, da bin ich gerade erschrocken. Schöpfe! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja Was ist denn hier hinter? Was ist denn hier hinter? Oh, zum Glück ist das vorbei. Alter, was war das denn? Heiliger. So, wie kommen wir jetzt da rein? Achso, warte mal. Ahaha, sehr gut. Gott, bin ich gut. Mann, hält das nicht so lange durch, oder?